Ich habe heute noch keine Tabata-Fresur, aber ich glaube, sowas gibt es auch irgendwie nicht. Auf, auf, zu, zu. Hopp, hopp. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal langsamer. Auf, auf, zu, zu. Auf, auf. Wir fühlen die Knie höher. Auf, auf, zu, zu. Auf, auf, zu, zu. Noch zwei Stück. Und letztes Mal. Und nur auf, zu, zu. Auf, auf, zu, zu. Jawohl. Arme seitlich. Runter. Jawohl. Aber Spannung. Nicht so spannenhaft. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal schnellere Arme. Aber die Beine bleiben im gleichen Tempo. Oh, oh. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal an der Curl. Hopp. Jawohl. Arme nach oben, Richtung Decke. Zieh, hoch. Zieh, hoch. Zieh, hoch. Zieh, hoch. Schneller. Jawohl. Vier noch. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal. Hopp. Auf eine Seite. Macht eine Faust. Und rotiert eure Arme. Genau. Schulter tief lassen. Und von euch quasi wegboxen. Jawohl. Herzlich willkommen. Vier noch. Drei. Zwei. Einfach nur in die andere Richtung drehen. Und andersrum. Jawohl. Sehr gut. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Kniebeugen. Tief. Hoch. Jawohl. Acht. Sieben. Sechs. Polen nach hinten. Fünf. Rücken gerade. Vier. Drei. Zwei. Wir bleiben tief. Breiter stehen. Oberkörper gerade. Arme seitlich. Jawohl. Ein Arm hoch, einer tief. Hinter am Popo. Jawohl. Schneller. Schneller. Hopp. 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 Wer noch schneller kann, noch schneller. Jawohl. Spannung aber mit dem Finger. Also ganze, komplette Hand. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Langsam. Hopp. 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 Noch vier Stück. Vier. Drei. Zwei. Arme nach vorne. Hopp. 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 Schön auch mit den Arm nach hinten. Schneller. Hopp. 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 Vier noch. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleib tief. Und kleinen Puls. Kleinen Puls. Jawohl. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und mach tief. Achtung, die erste Übung. Tief mit beiden Händen. Hoch. So. Tief. Okay. Ich kann gleich mal versuchen, mal zu üben. Aber ich würde es da schneller machen. Wichtig ist nicht nur den Oberkörper nach unten, sondern der Popo zuerst. Wenn die Finger dann nicht ganz auf den Boden kommen, ist ein Ordnung. Schneller. Jawohl. Schön, um warm zu machen, damit es gleich losgehen kann. Vier noch. Aber gestreckte Arme. Drei. Zwei. Zwei. Letztes Mal. Bleib oben. Und marschiere. Jetzt geht gleich los. Vier. Drei. Zwei. Eins. Let's go. Die Kopf. So schnell ihr könnt. Denkt an die Arme. Die sind gestreckt. Und euer Rücken auf. Hoch. 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 Schön ziehen. Ja. Massiere. Atmen. Genau. Dreige. Nochmal. Drei. Zwei. Ein. Weiter geht's. Jawohl. Schöne Popo nach hinten. Juhu. Komm, da geht mehr. Massieren. Achtung. Na, vier Mal. Auf ein Bein. Dann wieder vier Mal. Anderes Bein. Okay? Drei. Zwei. Eins. Let's go. Jawohl. Jawohl. Kurz stehen. Und dann eine Stabilität hat. Weiter. Zwei. Zwei. Auf vier. Juhu. Armantieren. Pause. Genau. Zweite. Nochmal. Drei. Zwei. Eins. Los geht's. Jawohl. Wollt ihr Hallo fahren? Hallo. Echt? Ja. Pause. Schnell, schnell. Warte. Hallo. Hallo. Halt. Halt. Eins. Zwei. Eins. Weiter geht's. Immer noch auf vier. Und jump. Maschieren. Genau. Genau. Zweite nochmal. Nach dem vier. Schauen Sie auf einem Bein. Man geht es wieder runter. Und. Let's go. Jawohl. Juhu. Egal, wann die Hüften wollen. Oh Gott. Jetzt bin ich auch nicht mehr. Maschieren. Also zwei Kniebeugen. Jump. Zwei Kniebeugen. Ein Bein. Drei. Zwei. Eins. Weiter geht's. Jawohl. Jawohl. Egal, wenn ihr eure Arme unten oder unten habt. Maschieren. Bisschen zur Böhrung. Bieschen zum Böhrung. Drei, zwei, eins. Halten. Jawohl, jawohl, jawohl. So halten. Voranspann, Bauch entspannen. Pause. Achtung, liege zur Position. Komm vor, zurück, ein Arm auf. Dann wieder vor, zurück, andere Arm auf. Bereit, let's go. Pause. Jetzt alles ein bisschen schneller. Halten. Hopp, hopp, zurück, auf. Okay? Drei, zwei, eins. Let's go. Jawohl. Jawohl. Wer das nicht so gut kann, oder Probleme mit dem Handgelenk hat, und anspricht. Go, zurück. Okay? Ohne Ausdrehen. Kaufe. Sehr gut. Genau das Gleiche nochmal. Ich hoffe, ich habe es auch warm. Jetzt ist es heiß. Drei, zwei, eins. Let's go. Mehr, mehr, mehr. Komm. Komm. Pause. Wer jetzt möchte, Fliegel schütze, zahm, zurück, aufdrehen. Aber zahm nicht zu nah hin. Drei, zwei, eins. Let's go. Das heißt, die Knie gehen nicht fort zu den Ellenbogen. Sehr gut. Pause. Genau das Gleiche nochmal. Bereit machen. Drei, zwei, eins. Weiter geht's. Kopfnied hängen lassen. Juhu, mehr. Pause. Wer jetzt möchte, baut noch irgendwo eine Liegestütze ein. Drei, zwei, eins. Let's go. Egal wo, an welchem Platz. Ich will euch selber entscheiden. Pause. Einen Sekunden noch. Genau das Gleiche. Drei, zwei, eins. Let's go. Ihr müsst aber auch keine Liegestütze machen. Aber ihr tut. Pause. Kniebeuge. Komm, langer hoch. Kniebeuge. Drei, zwei, eins. Let's go. Nur Kniebeuge. So schnell ihr könnt. So viel ihr könnt. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Maschieren. Zwei Kniebeuge. Tief, hoch. Tief, hoch. Drei, zwei, eins. Let's go. Zwei Kniebeuge. Kniebeuge. Dann Auswahlschrück nach hinten. Kniebeuge. Jawohl. Sehr gut. Maschieren. In Ausgleiche nochmal. Drei, zwei, eins. Weiter geht's. Sehr gut. Ja, 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 ja. Achtung. Maschieren. Achtung. Zwei Kniebeuge. Erst über Kreuz nach hinten. Normal nach hinten. Über Kreuz. Normal. Und los geht's. Zwei Kniebeuge. Jawohl. Sehr gut. Marschieren. Pause. Lass in Bewegung. Drei, zwei, eins. Weiter geht's. Juhu. Juhu. Jawohl. Marschieren. Achtung. Hände hinterm Kopf. Erne schön gerade. Für das bleibt. Drei, zwei, eins. Los geht's. Ja. Marschieren. Jede zweite Kniebeuge. Gehübt. Drei, zwei, eins. Let's go. Jawohl. Juhu. Ja, ja, ja. Außer Pause. Passieren. Letztes Mal genau noch mal so. Drei, zwei, eins. Weiter geht's. Ellenbogen. Ellenbogen schön nach hinten zeigen lassen. Ja. Marschieren. Tief auf den Kopf. Wir paddeln. Wir paddeln nur mit den Beinen. Drei, zwei, eins. Let's go. Hände liegen auf den Händen. Kopf liegen auf den Händen. Nur die Beine paddeln. Atmen. Atmen. Knie weg vom Boden. Paddeln. Puzzle. Voranspuzzle. Kommt. Pause. Arme nach vorne. Arme nach vorne. Die paddeln mit. Drei, zwei, eins. Alles in die Luft und paddeln. Oberkörper hoch. Kommt. Sowas geht. Kopf richten den Boden. Pause. Achtung. Achtung. Achtung paddeln. Füße ausdämmen und Handschütt. Ablegen. Paddeln. Ich sag euch an. Achtung. Und los geht's. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Unterarmstütz. Halte. Und ab und paddeln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Unterarmstütz. Halte. Pause. Pferden. Abliegen. Pause. Genauso nochmal. Drei. Zwei. Eins. Gepaddelt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Unterarmstütz. Halte. Paddelt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Unterarmstütz. Halte. Pause. Weg. Ich zähl wieder runter. Wenn ihr Unterarmstütz habt, Bein aufzuhüpfen. Bis ich sage, wir paddeln wieder. Bereit. Drei. Zwei. Eins. Let's go. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Unterarmstütz. Bein aufzuhüpfen. Komm. Paddeln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Unterarmstütz. Aufzu. Pause. Juhu. Pause. Sehr gut. Wird so schnell ihr auf- und zuwarten könnt. Drei. Zwei. Eins. Und paddeln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Unterarmstütz. Komm. Komm. Schnell. Aufzu. Paddeln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Unterarmstütz. Schnell. Juhu. Pause. Prost. Schön. Also, ich bin nass. Drei. Zwei. Eins. Paddeln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Unterarmstütz. Komm. Aufzu. Paddeln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und am Schiff. Aufzu. Komm. Pause. Pause. Achtung. Bei Aufruf zu. Kein Parallel. Letzte Runde. Drei. Zwei. Eins. Paddeln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und am Schiff. Aufzu. Kopf nicht hängen lassen. Paddeln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein. Und am Schiff. Komm. Pause. Komm langsam hoch. Instehen. Passieren. Auf ein Bein. Und los. Haltet. Jawohl. Kleine Puss. Auf eurem Kreislauf geht gut. Viel hoch und tief. Ja, ja. Kleine Puss. Euer Schleiflein ist ein bisschen gebeugt. Atmet. Pause. Passieren. Achtung. Andere zwei. Drei. Zwei. Eins. Haltet. Und Puss. Jawohl. Euer Schleiflein ist etwas gebeugt. Juhu. Haltet. Haltet. Achtung. Achtmal Pusche. Auf über Kreuz. Auf über Kreuz. Andere ist beim Achtmal Puschen. Auf über Kreuz. Drei. Zwei. Eins. Und achtmal. Jetzt geht natürlich selber. Falls ihr es nicht vergessen habt zu sagen. Ups. 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 Jawohl. Pause. Ups. 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 Aus über Kreuz. Anton! Jawohl. Enhเห jury, du! Sei es sicher grid Rotter! Ziehen zu euch hochziehen! Zoom! bell ist da. Wenn ihr auf einem Bein steht. 니까� întos! Und wieder присuchen! Wir machen nur noch 4 mal fast pasans. Auf dich oder auch bearbeit! Cant intellitus! Drei, zwei, eins. Lüftung. Jawohl. Passieren. Zweimal über Freude. Lüftung. Zweimal. Push. Gefühle viermal. Auf und rollen. Auf und rollen. Auf und rollen. Fahrer. Let's go. Eins, zwei. Auf und rollen. Auf und rollen. Auf und rollen. Auf und rollen. Anderes Bein. Dreimal. Mehr zu können. Schnellere Beine. Komm, ihr wisst, was kommt. Passieren. Genau so nochmal. Bleib im Bewegung. Drei, zwei, eins. Let's go. Juhu. 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 Endlich. Drei, zwei, eins. Let's go. Das ist viel zu einfach für euch gewesen. Es sieht ja super aus. Oh Gott, hier. Oh mein Gott, hier lässt du üben. Komm tief auf beim Popo, Bauch. Erstmal mal den Crunch. Bei drei, zwei, eins. Push los. So schnell geht's, wenn man spart hat. Sieht hart laut. Kleine Push, wenn ihr hochkommt, ausatmen. Pause. Wer möchte, also schwierige Stufe, ein Knie anwinkeln, eins lang machen, gleiche Push. Oder ein Bein abstellen, eins hoch. Let's go. Entscheidet euch selber. Entweder beide Beine in der Luft oder eins abgestellt. Aber dann müssen wir wirklich Bauch und Rücken anspannen. Wenn ihr im Rücken was spürt, also Schmerzen, Bein abstellen. Das war zu lange. Komm, 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 komm. Atmet und pusht hoch. Bauch. Bauch. Anderes Bein. Anwinkeln, anderes lang machen. Und uns eine aufgestellten lassen. Müsst ihr selber wissen. Drei, zwei, eins. Und push. Und zwar nicht der Fuß-Push, sondern ihr geht mit dem Oberkörper ein bisschen hoch, damit ihr euer Bauch direkt spürt. Immer weiter, immer weiter. Oh mein Gott. Ist pausig. Puh, jui, jui. Okay, ich glaube, ich brauche die Woche explodieren. Okay, anderes machen wir gar nicht. Halt uns durch. Drei, zwei, eins. Push. Halt uns durch. Es sind ja immer nur 20 Sekunden. Es kann ja fast gar nicht wehtun. Oh mein Gott. Pause. Wechsel. Achtung, bereit. Ein, drei, zwei, eins. Push. Let's go. Schraub. Wie auch immer ihr es nennen wollt. Es geht los. Weiter. Halt uns durch. Pause. Okay. Okay, beide Seiten noch einmal. Seid ihr bereit? Drei, zwei, eins. Und let's go. Und ihr schafft es. Nicht aufgeben. Ein bisschen Bauchmuskeln. Pause. Andere zwei. Einmal noch. Und dann noch einmal mittig. Bereit machen. Drei, zwei, eins. Let's go. Push. Ja, das sieht super aus. Immer mehr. Pause. Letzte Runde. Beine aufsteuern. In die Mitte. Crunch. Bereit machen. 3, 2, 1, push. Die Mono X führen, die Beine sind gerade oben. Ja, ja, ja. Aber die Zehen berühren sich nicht. Macht ein bisschen Abstand. Push, push, push. Mehr, 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 mehr. Pause. Kommt hoch. Unsere 1-Minuten-Challenge. Bleibt in Bewegung. Wie wird heute cool? Ich weiß schon ganz genau. Spürt ihr auch, dass es richtig cool wird? Aber wisst ihr was? Wenn ihr die Zeit kriegt, ist es über 1,20 Minuten. So sind wir ja gar nicht. Achtung, eure Aufgabe. Ich zeige es von vorne, dann von der Seite. Boden berühren, Boden berühren. Heff, tief, heff, hoch. Boden, Boden. Liegestütz. Schrengspunkt. Geil, oder? Also, ihr müsst halt kurz gucken, wo meine Macht einigermaßen trocken ist. Okay, seid ihr bereit? 5 Sekunden habt ihr noch zum Durchatmen. 5 Sekunden, 4, 3, 2, geht alles. Let's go. Und nicht abschmissen auf den Oberschenkel. Geh mal mehr. Sehr, so zieht es aus. Halt, dann ist schon vorbei. Halt, dann ist schon vorbei. Komm. Nicht aufgeben. Lassen, 10 Sekunden. Dann ist ein Bewegung. Ädme, massieren. Nicht in. Hopp. Schön was. Ädme. Ädme. Jawohl, langsamer, hopp, 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 atmen, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, nur ganz kleine, ihr könnt euch mitbewegen, hopp, hopp, vier noch, drei, zwei, letztes Mal, aber nur ein Bein, Seite, andere Seite, nehmt die Arme einfach mitschwingen, jawohl, vier noch, drei, zwei, letztes Mal, fahr zurück, hopp, immer nur das gleiche Bein, vier noch, drei, zwei, letztes Mal beim Wechsel, hopp, jawohl, vier noch, drei, zwei, letztes Mal, marschiere noch ganz kurz, rein drauf, hoffentlich geht's gut, ansonsten bleibt noch ein bisschen in Bewegung und steigt nachher erst mit dem Stehen ein, okay, ein Bein nach vorne und ihr stellt mit beiden Füßen komplett auf den Boden, Oberkörper nach vorne, ihr könnt auch natürlich weiter auseinander stehen, solange eure kompletten Füße auf dem Boden sind, schön gerade, schön Schussdoppelkind, dass ihr könnt, jawohl, wer möchtet, nehmt die Hände noch mit hoch und geht ein bisschen nach hinten, aber nur, wenn ihr keine Rückenprobleme habt, legt aber nicht euer Kopf nach hinten in den Nacken rein, sondern haltet ihn noch ein bisschen, ihr dürftet eventuell hinten die Wade spüren, vier noch, drei, zwei, und letztes Mal, Arme locker und wechselt eure Beine, wieder komplette Fußrollen auf dem Boden, Oberkörper nach vorne schieben, das heißt, das hintere Bein ist durchgestreckt, das vordere kann geknickt sein, und dann, wenn ihr gut steht, nehmt die Arme wieder hoch, Kopfschussdoppelkind und lasst die Schuhe da weg von den Oberkörpern, vier noch, drei, zwei, und einfach nach vorne, ausschütteln, steht auf einem Bein, bleibt euch und haltet euch, schaut, dass ihr nicht den Fuß hinten am Spann haltet, sondern eher bei der Knöchelgegend, beide Oberschenkel sind nebeneinander, jawohl, Oberkörper schön gerade, und langsam abstellen und andere Zeit. Sonne ist vorbei, der Bell geht bald unter, mal gucken, ob es nochmal regnet, zumindest bei uns, euch sieht es immer gleich hell aus, haltet, noch vier, drei, zwei, und locker, stellt euch breit als Hüftbein, Popo nach hinten und mit den Ellenbogen die Oberschenkel auseinander drücken. Rücken schön gerade lassen, jawohl. Kopf nicht nach unten fallen lassen, sondern haltet den noch ein bisschen, eher so nach vorne irgendwo gucken. Eine Hand geht jetzt auf den Boden und die andere dreht auf, schaut hinterher. Wenn es euch zu anstrengend ist, kommt vom Oberkörper ja ein bisschen hoch, Hand auf dem Oberschenkel abstürzen, ihr könnt uns beides machen. Kommt langsam wieder zurück mit der Hand, die Hand geht zur anderen Seite vom Bein, und nach oben schauen. Vier, drei, zwei, komm langsam zur Mitte, jetzt geht rein vom Kopf, Beine langsam schließen und bleibt unten, Augen zumachen und bleibt Arme unten hängen. Knie sind weich, Arme sind locker, Kopf sich locker. Noch vier, drei, zwei, rollt euch ganz, ganz langsam nach oben. Wenn ihr oben seid, immer schön große Schultern nach hinten kreisen. Tief einatmen und ausatmen. Und letztes Mal einatmen und ausatmen. Vielen, vielen Dank, ihr habt es geschafft.